Brad Pitt, gesichtet. Romantische Date Night seiner Ines in Paris. Zwischen Brad Pitt, 59, und Ines de Ramon, 29, wird es langsam aber sicher ernst. Seit November 2022 sollen sich die beiden Daten, vor kurzem habe sie bereits mehrere Kinder des Schauspielers kennengelernt. Verriet eine Quelle gegenüber Delimel. Jetzt wurde das Paar bei einem romantischen Dinner in der Stadt der Liebe gesichtet. Brad Pitt sei laut People bereits am Donnerstag, 23. Februar, in Paris eingetroffen. Ines kam einen Tag darauf hinterher. Am Freitagabend legte der Fight Club Darsteller einen Überraschungsauftritt bei der 48. Cäsar Verleihung hin, wo er Regisseur David Fincher, 60, den Ehren Cäsar überreichte. Anschließend wurde natürlich noch gefeiert. Bei einem Dinner nach dem Event, das im Konzerthaus Olympia stattfand. Sassen Brad und seine Ines nebeneinander, machten wieder einmal einen sehr vertrauten Eindruck. Das zeigt ein kurzer Clip, der dem französischen Magazin Paris Match vorliegt. Sie haben News verpasst? Die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, PictureAlliance.com, Twitter.com Unde istu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Totu, tot MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a Vestu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar Vestu. Trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe. Mafia, Parasitii, Dragonul, Maxi, Gespe. Chimie, Rimaru, Spike, Pui, Asi, Shua, Pou. Grasul, nimeni altul, Delvede sau Carbo. Trebuie să vă mănânci vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu posul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul. Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie când adun.